und dann muss schon wieder ich muss schnell an uns auswählen um weil ich komme den Lieblingsset für die gleiche Kunde Lieblingsset auf geht's aber wirklich richtig übers Wetter und so nicht unterhalten Nö, nö, ist egal gut anderes Thema, sag mal irgendein anderes Thema sag du doch in dem Fettentschein lol ich hab dich genau gesehen du kleiner, mieser lol, hab ich dich erwischt nein oh, was komm mal am Party, let's go party lol Alter hat mich nur erwischt, ich fass mich nicht unfassbar, war? unfassbar unfassbar komm am Party, let's go party shit, mit Pistole, ja, hab ich gehört ach ja stirb freu ich dich nicht neun naun 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 aufstart naun 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 Ich hab's schon nerven, diesen Windvogel dahinten, Alter. Ja, richtig schön die Eier weggeschossen, ey. Die sind mit dem Oberkörper nach vorne und mit dem Kopf nach hinten geflogen. Fand ich echt lustig. Ey, sein, ey. Du bist nur eklig. Du, Notte, da oben. Oh, das wollte ich ja gar nicht sagen. Oh, shit. Ne, 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 so einfach kriegst du mir nicht mehr kleiner. Landmine. Warst du dein Landmine? Ne, ich tu nur so. Ah, okay, gut. Nein. Lol. WTF. Okay, ähm, ja. Stimmt. No. Thats no party. No scope. Und, da war dann Dr danger tied. Download. And download. Schwertig flisternavana. scheiße. Ich bin in meiner eigenen Miene reingelaufen, ich glaub's auch. Das ist doch schon wieder oben. Ja, ist so. Na klar, oh no. Man, nein, da lauf ich noch in den Schuss rein, ey, boah. Wie gesagt, schütt, oder? Ja, war richtig derbe. Tatcam ist schon wieder in den Eck, was? Komm doch, steuer. Nein. Oh, was? Nee? Nee? Wieso bist du nicht tot? Nee, ich dich erledigt hab. Nee, bist du nicht in meine Miene gelaufen, Monaz? Na? Bist du nicht in meine Miene gelaufen? Scheiße, Mann, aber leider. Ja. Oh, Monaz. Komm mal, Mann, da. Hey, hoch. Na, nul, geht schon. Hahaha. Kommt, der da runtergefallen, ey, ich glaub so. Mann, nimmt denn Spornschutzhalter? Uh, da ich wieder, oh, lol. Was? Nein! WTF? Du in einer blöden Landwede, ey. Komm, ich bin gespawnt und gleich wieder den Bildschirm weg, ey. Ach, ja. Man wirst besser, man merkt es. So, jetzt kann sich auch freuen, mein Kleiner. Komm, nehm, dein Lieblingsset, ne? So, wir lassen uns bei den kleinen Maps, die kleinen Maps, die haben geizt, nicht wahr? Hm, ne, klingt ja nicht grad sehr motiviert. Hm, hm. Was ist denn los mit ihr? Hm, hm. Kann so was anderes auch sein. Hm, hm. Dann haben wir Appell. Wir haben Bock auf Klausuren. Oh ja, stimmt, wir schreiben zwei Wochen Klausuren. In zwei Wochen, mein. Naja. Hätte gesagt. Wir schreiben zwei Wochen Klausuren. Ich hab gesagt, in zwei Wochen schreiben wir Klausuren. Stirb doch mal. Ich hab gefragt, ob du auch mal stirbst, nicht, ob ich auch mal sterbe. Du wolltest stirb. Ne, ich wollte nicht. Ah, du willst, weil ich weiß. Wirst du mich verarschen? Ja. Ein One-Hit? Dein Ernst? Ne, ich hab andere verstärkt gehabt. Ah, stimmt doch, Ida. Warum stirbst du nicht? Ja, du legst wieder dran in dich. Ne. Ja. Ganz einfaches No-Go. In your face. No-Go, Alter. In your face. wirklich? Woha. Fick wie Pärchen. Chez. Ne, ja, ja. Ne, ein Akkuladikhausen, Tuft. Was? Fuckin, Football. Das liegt dann direkt neben dir oder nicht. Ne, sagt man. Ja, da kann es wiederamoschen. Möchtest du den Freund geladen? Das ist nicht so schön! Hast du mich selber gekippt? Ich bin Daniel, ich kill mich selber! Hi! Hier brennt alles! Na Doktor, wie geht's dir so? Was machst du denn da oben, oder? Warten! Auf mich, oder? Was? Ja, ja, ich hab dich gesehen! Oh Leute, ich glaub die ganze Zeit in Feuer rein! Nein, Mann! Ey! Rägt mich auf! Nein! Stört nur, nur sieben Band! Wo bist denn du? Wo bist denn du? Wo bist denn du? Da hinten? Da hinten ist er! Hi! Na, läuft, es steht doch 3, 2! Woll! Jetzt aber nicht so schön! Ich hab' ne Hund nach! Leu! Nee! Angriffsverstärkung! 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 Sag' ich da nur! Nein! Da hat der Fahrstuhl mich nicht genommen! So was nenne ich! One-Hit! Für Dr.D wahrscheinlich! One-Shit! Mann! Jetzt brennt er vor sich lodernd ein! Ah! Alter! Das war Maharsch aber im Kopf vorbei! Nein! Geh weg! Nein, Mann! Warum kommt der Fahrstuhl mal dann? Mann! Mann! Schon wieder! Nö! Ja, ich hab grad Besuch, Tapsi! Was? Nö! Hi! Nö! Geht schon! Achtung an! Ja, ja! Äh! Leg einfach irgendwo hin! Okay! Äh! Ja! Nein! Gefährt! Nein! Warte! Stehen! Essen! Das nennt sich... Spessen! Ja! Ja! Er hat genau das gleich wie du! Ich kann nicht vieles! Hm! Kannst du was machst du mit dem... Händen wie dein Stress? Uhhh! Nein! Neul! Mann, unautomatisch schien nicht echt so fast! Ja, beim nächsten Mal darfste Anderlut. Ich halte... Liebe Zuschauer! Ich erlaube Daniel... Doktor, die... Doktor, die... Dass er... gern automatisch ziehen, andern kann! Stirb doch! Heute nicht! Ja! Achtet Prozent Euro so wie er das war natürlich wieder mit dem Part um wir genießen und schnabulieren unseren Becken und Schoko Muffin wenn ihr genüsslich auf die nächste Folge kommt die erst über morgen kommen wird wie und wir waren wenn ich die Ruf und ich gucke auch alle zwei Tage mehr weil sie gut wie der bis dahin irgendwann mal wieder macht's gut ja ja mach's gut